Blik, du bist ja immer noch Single, glaube ich, oder? So ist es. Wie ist der Flirtfaktor bei den SMS? Es hat sehr, sehr viele hübsche Frauen hier heute Abend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht deine Taktik aus? Hast du überhaupt eine? Ich habe keine. Nein. Gar nicht? Nein. Also, ich bin mit meinen Jungs hier heute Abend und die schauen immer, dass um uns etwas passiert. Aber ich habe nicht wirklich so die Flirt-Taktik und so. Also deine Homies sind eigentlich zuständig dafür, dass du gut flirten kannst? Ja, meine Homies kümmern sich um alle. Wunderbar, auf jeden Fall ganz viel Spass beim Flirten und danke schön. Danke.